Hey Leute und Willkommen zur nächsten Folge KUNA NEXIS mit dem Knolli! Heyo! Ja komm, der schlägt mich schon wieder. Okay. Ein kleiner Stoß. So, ja genau. Ein riesen Hammer. So, wir werden uns jetzt ein bisschen ins Land, ins Innere begeben und ein bisschen Kohle farmen, ein bisschen EP farmen und so einen Scheiß. Was? Jetzt wollte ich wieder alt drücken und mich umschauen. Ja, zuviel im Lasten Standing. Ja, ja. Gubbege. Die Waffe rausholen. Jetzt werden uns wahrscheinlich gleich ein paar Jön entgegen kommen. Ich glaube, da oben sind nämlich ein paar. Da sind doch Spinnen. Nein, Spinnen sind doch keine. Na, schau, 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 schau. Wie kommt, schau, wer kommt? Guck, die eigentlich. So aggressiv. Gleich die mitnehmen für die Tierhäute, die brauchen wir. Wow, sechs Häute rausbekommen. Alles klar. Die kommen auf und da. Alles raus. Boah, ich bin zu 52% über... äh, B-Laden, sagen wir so. Und überladen. Ist der Hammer gut, oder? Bisschen langsamer, oder? Ja, vier Steige und du schaust die Leute weg. Warte mal. Das ist schon recht nice. Warte mal, die heute noch mit. Machst die halt so weg. Da hast du mir alles. Ja, der Sponsor, der gibt sogar Eier. Äh, ich komm mal... Wo ist er denn da? Darum schlägt er sich. Vergiss die heute nicht mitnehmen, Knolle. Na, heute. Hä? Na, heute. Heute, ja? Heute. Hier, heute. Dann geh gleich ein Stück weiter. Oh, ich hätte noch was essen sollen, bevor wir aufbrechen. Schade. Was, ichs dabei? Ja. Warte, ich hab ein bisschen dabei. Ich droppe mal alles, was ich hab. Bin eh voll. Äh, bisschen. Schade, da liege einer ganz geschehen. Da war es. Uuuu. Uuuu. Da ist schon der Nächste. Ich weiß nicht ganz... Ah, da ist es. Wir sollten aber einen zweiten Schmelzofen herstellen. Ops, sorry. Ich glaube, mit Einschmelzofen sind wir ein bisschen zu langsam. Hm, das könnte sein. Gab's hier nicht irgendwo Kohle auch? Was? Ich glaube, dass die weiter links war. War nicht in dem... War nicht direkt in der Wüste. Die war... Ah, da drüben auf der anderen Seite. Uiuiuiui. Ah fuck, mein Schiedsöck ist kaputt. So. Dann holen wir uns die Kohle. Da waren die Spinnen. Nein, doch noch nicht. Oh, schau, drüben ist ein Gebäude übrigens. Der krüppelt, alter. Selbst selber krüppeln. Zu der Kohle komme ich nur, wenn ich alle hier in den Raum bringe. Der Kohle. Schau, das Nächste greift mich an. Oh, der, der, der stark. Alter, der haut mich ab. Der ist schon weg. So, den nehmen wir noch auseinander. Was? 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 Ich höre doch schon wieder so eine Dreckshiene. Nein, da schießt du ja auf mich. Ja, darum sind ja Typen, ne? Ja, darum sind ja Typen, ne? Willst du einmal irgendwas farben in deinem Leben? Ich denke schon die Pfeile auf dich. Ich bin auch immer überladen. Ein Prozent. Okay. Was ist mit dem? What the fuck? Wirf einmal die Steine weg. Willst du denn von mir? Ja. Willst du das hören? Geh mir nach. Schau, wie der schießt. Kleine Pisa. Was ist die eigentlich? Da. Schau dir das an. Der snipet da voll rüber. Wieso kann der so weit schießen und ich nicht? Ja, hat er ein Ziel, der Wichser. Ja, da die Kohle noch mitnehmen. Was ist denn? Ich hab da grad Spaß mit dem Typen. Scheiße, überladen. Der schießt eh gut. Du brauchst halt nur einmal nach links oder rechts gehen und der trifft nicht. So, ich bin voll. Warte den jetzt noch aufs Maul. Ja, pass auf, sonst sind mehr als nur der eine. Ja. Da geh ich ihm schon. Oh, er hat mich getroffen. Ja, komm der nächste. Deppert. Lauf weg, lauf weg, lauf weg. Ich hab die Deckung. Der kriegt ja leicht, ich krieg. Okay, scheiße, ein echter Krieg. Er kriegt so aufs Maul. Ich bin tot. Gut wie. Ich treff dich nicht. Sie ist down. Was hat denn die? Steine, war auch geil. Der schießt immer noch auf mich. So. Hast du eigentlich noch ein bisschen Platz zum Farmen? Oh, was ist jetzt los? Was schießt denn der? Der rennt uns nach. Ja, da können wir ihn holen. Ja. Dann gönnen wir uns. Hol den Bastard. Der schießt ja wieder auf mich. Wie. Ich weiß, ich muss normal gehen, sobald ich genauso da mehr. Mal richtig aufziehen. Oh, hallo. Oh, voll auf den Nacken. Wow. Wir haben das auch besprochen. Der Hammer ist halt echt geil. So. Ich lasch dir einfach von oben eine Tür. Der hat's auch verkehrt. Der einbaut die Tür. Der hat drei Schmieden da drin. Ah, Schmiedsölf, nicht Schmieden. Sieht aber gar nicht so übel aus hier. Boah, guck dir mal die Aussicht an. Bist du? Links vom Haus. Oh, ich komm da jetzt irgendwie nicht mehr. Aua, ich kann ja klettern. Warte, da oben. What the fuck? Wo ist denn? Er ist schon da. Ich finde, die schaut gar nicht so übel aus. Wer kennt das überhaupt? Brandswin-Clan. Der hat schon Sklaven auch. Was liegt denn? Was ist denn das? Huh? Das ist richtig nice, das Klettern. Das macht ja Ur-Spaß. Ja, bist du raufgekommen? Ja, schon. Ah, der klettert ganz rauf. Das ist richtig geil. Du steppert. Oh mein Gott. Oha. Da bin ich. Ah, da bist du. Ah, die haben vorher geschossen. Da war ich noch nie drinnen. Wie cool. Beste Faden in aller Zeiten. Wir könnten jetzt von oben einen Angriff starten. Runterspringen. Knolli, du fangst an. Hast du das mal in die Mitte gesehen? Da stehen 20 Leute. Entschuldigung. Ah, ist das krass. 20. Da stehen 20. Da stehen nochmal 20. Ah, komm. Das ist kein Problem. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir wieder heil runterkommen. Jawohl. Wir könnten auch das Eisen dort mitten im Lager. Ja, den Platz habe ich nicht mehr. Gar nichts. Oh, scheiße. Ich glaube, ich kann nicht mehr rauf. Das geht schon. Alles geht. Das sind rechte Wände hochkreu. Das gibt die XP, das klettert. Hast du echt? Das habe ich gar nicht gesehen. Ah, ja. Immer wenn es aufleuchtet. Das gibt die XP. Hui. Das Geräusch. Halli, hopp. Da haben wir das auch gemacht. Auf jeden Fall worth. Geiles Feature. Also das... Das finde ich nice. Boah, ist wirklich schade kassiert. Ich aber auch. Warte mal, wo ist mein Fleisch? Ach so, was habe ich dir gegeben? Hast du noch was? Ich will gleich sagen. Ja. Aber isst du vorher? Dann gib mir was. Ach ja, ich habe eins gegessen. Eins habe ich jetzt noch. Und eins ist schon verdorben. Grafen, hast du es für uns? Ja, sie. Opsa. Ich weiß, warum wir denn überhaupt noch Treppen, wenn wir klettern können. Genau. Oh, ich kann nicht. Boah, das war knapp. Ja, ich habe mich auch gerade noch so abgefangen. Okay, schau. Der Respawn ist. Fässig. Hast du noch Platz? Okay. Schattier dich für unser Haustier. Schäme dich! Hint fort! Wer krüppelt? Dankeschön. Welche Religion ist das? Oder die Typen, die du kennst? Äh, etwas, was du hast. Von, von, ähm... Jog! So, die Häute gehen wir mal da rein. Oh, heute haben wir mehr als genug. So, meinst du, wirkst schon einen Ofen? Ja, links davon. Ah. Wow. Fest. Schön platziert. Wunderbar. So, hier gehen wir. Ah, das war jetzt entlegend. Brauch Holz! Ah, die Bäume respawnen aber nicht so schnell, hm? Nein, das haben wir aber schon aufgefallen. Oh, ich kann mir schon die... Oh, Wheel of Pain können wir schon herstellen. Ah, schon freigeschalten? Okay. Ja, jetzt gerade. Ah, was braucht man da noch schnell? Da brauchen wir so einen Haufen Steinen und das, ne? 220 Wood, 210 Stone, 100 Iron Bar und... Oh, 100 Iron Bar, genau, das war das. Das fehlt noch. Aber wie gesagt, fahren wir schnell, ähm... und für einen zweiten Ofen und dann gehen wir zur Religion. Aber wir haben die 100 Iron Bar, gell? 123 sind im Ofen. Ja, aber das dauert ewig. Komm mal auf, du! Ich hole schnell ein bisschen Holz. Der Hunger begibt dich zu schwächen. Ja, aber das ist ja Fleisch drin. Du gehst, als ob du in die Hosen geschießen hättest. Masse... Ja. Ist das Hornsrautball fertig? Das gibt's ja nicht. Schau an der Scheiß. Kannst ein Kissen herstellen... ...wir soll die... Blödsinn! Den Carpenter hast du jetzt, oder? Ja! Bait, Bait, Double Bait. Erst machen wir uns dann ein Double Bait. Was? Double Bait gibt's auch? Ja. Der tut mich an den Mod. Double Bait. Wir werden's mal aneinander schmieden. Da hab ich sechs verfügbare Punkte. Wieder normal gehen? Ja. So, Chris. Keinerlei ebenen Untergrund. Wie bitte? Wir haben da keinen ebenen Untergrund fürs Wheel. Wie viel brauchen wir da? Was ist denn eine Fläche? Ähm... Wohl. So, dreimal drei. Jetzt, dass es zu den Öfen gibt. Das sind... Ja, dreimal drei. Alles klar, warte auf einmal wieder schnell zusammen. Dreimal drei. So, es sind vierundfünfzig Steine. Da geht der da hin. Da geht der da hin. Dreihundert auch schon. So. Warte, wie viel Holz brauchen wir dafür? So. Witzig. Und das halt schon wieder. So. Jetzt haben wir hier einmal in der Nähe alle Bäume abgeholzt. Jetzt müssen wir weiter runter gehen. Ich könnte ihn jetzt ruhig mal nachspawnen. Ich geh doch einfach aufs Dach stehlen. Nein, 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 nein. Ich steck gerade her, die neuen von der Mitte. Äh, da oben. Wusste ich nicht mehr, wo unser Haus steht. Habt ihr sowas nicht mehr auf diese Scheiß Merkbank draufgestellt? Ja, die hat keinen Platz sonst. Ich werde ihn gleich hinter das Haus hinstellen, ne? Kannst du auch da weiter herum oder weiter rechts machen. Gleich ans Haus dran bauen. Ja, da kann ich jetzt neben den Schmelze öffnen, kann ich da nichts hinbauen. Ja, was ist, wenn wir es da herstellen? Warte mal, das geht. Witzig sogar. Nein, da. Oh, das geht sich aus. Warte mal. Ja, warte. Ich stell lieber die Fundamente hier auf. Steh jetzt auf. Weg. So. Das ist doch ein süßer Platz für ein Rad des Schmerzes. Ah. Das kannst du nicht stellen. So. Ganz schön. Ganz schön. Sehr schön, jetzt warst du nur noch einen Knüppel und ein Seil herstellen. Ganz schön. Seiger habe ich. Bleder. Du siehst, haben wir jetzt schon diesen Carp hinter dem Nagel? Gerberei? Nö, haben wir nicht. Was brauchen wir dafür? Gerberei? Ach, ich habe es nicht mehr gelernt. Ah, und Rinde. Rinde, das grauenhafteste was ist. Ja gut, das kann man auf dem Weg fahren, wenn wir zum Typen rüber gehen. Machen wir alles unterwegs. So, repariert habe ich alles. Fleisch noch mitnehmen, was wir haben. Ah, wie geht noch? Warte mal. Ja da, so. Okay. Haben wir noch kurz Wasser. Ja, nehmt ihr Fleisch mit, wir gehen gleich weiter dann. Hast du alles abgeladen? Hast du genüppelt Platz frei? Ja. Sehr gut, dann gehen wir. Färsch, ja gut. Du wirst nochmal hin müssen. Jo. Ist nicht so weit zum Laufen. Na komm her süßer. Wie ist das? Was? Was? Wo ist denn? Hast du die Riesenraupe gerade gesehen am Boden? Ah, das ist die fette Raupe, ne? Ja. Die kannst du essen. Richtig nice. Die gab es auch vorher schon. Die gab es auch vorher schon. Das ist ein fette Scheißgerät nur am Boden. Aber die nehmen wir auch noch mit? Ja ja. Ah, die tippen ja. Also übrigens, wenn wir schon neben Bäumen sind, dann kann man die Rinde mitnehmen. Ah, da ist noch so eine fette Raupe. Ja, die ist die ja. Wow. Ich hab schon zwölf. Ja, ich auch. Demnächstes schneller, weil es dreifacher Loot ist. 21. schau. Da ist ein fette Baum da nicht, fällen kannst. Da vorne sind ein Lager. Ja, das sind glaube ich so drei Typen oder so. Ja. Die gönnen wir uns. Ah, vier, das gibt es sogar. Uh. Ausdauer regenerieren. Oh, jetzt gehts. Ich wüsste. Wo willst du denn durchs hin? Ja, zum Lager. Du meinst die? Ich hab die Ahnung. Achso. Ja, eigentlich hätt ich diesen Weg, da wo ich jetzt bin. Ah, runter musst du. So, hier. Komm her Schatz, komm her. Was ist denn überhaupt Fighter? Braucht kein Schwein. Ja, geht alle auf mich. Ich hab da weggemobbt. Na, du musst auch mobben. Alter, zwischendurch fällt mir sogar ein Baum. Haben alle. Mal looten, schauen was die alle haben. Ach, die. Oh, 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 die drinnen. Nein, das war ich. Was ist das? Die Pferle. Und was gut drin? Ja. Nichts. Die Pferle, Stein. So, Baum mitnehmen. So, 27 Rindjahrig bis jetzt. 30. Ja, mit der Stahlspielzeuge, bzw. mit der Eisenspielzeuge geht das dann. Hm, da bekommst du glaube ich das Vierfache, oder? Oder Dreier oder Vierfache. Gut, gehts weiter? Ja, ich geh schon weiter. Wohin? Ja, ich geh rauf. Ja. Hügel rauf, Hügel rauf. Wo ist er? Äh. Was ich hier einfach raufkackseln könnte, fuhl ich mal wieder rauf. Ja. So. Wir könnten aber gleich hier raufklettern. Wenn es schon geht. Sollte ich nämlich gerade mal rechnen. Ja. Das ist so nice. Das taugt mir richtig. Äh, 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 äh. Schau, Alter, der schupft mich runter. Äh, was ist das? Er hat eine Lager aufgeschlagen, ja. Und da oben wahrscheinlich auf dem Ding. Keine Ausdauer mehr. Okay, warten. Ne, da oben ist keiner, ne? Ja. Ohne. Ohne? Ohne, oder? Ohne ist ein Stein. Ohne. Ohne. Ist das sicher, dass da oben keiner ist? Ja. Warst du jemals oben? Ja. Da oben ist keiner. Ja. Ohne. Oh. Da hinten ist der Typ. Das hinten? Ja, der da hinten ist er. Ohne. 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 Da hinten ist der Typ. Ach, da hinten ist der Typ. So, reden wir mal mit dem. Emote lernen! Cheer! Nehmen wir! Religion lehren! Reden! So. Ja, ist generös. Wörtest du denn so lange mit dem? Was sagst du? Wörtest du denn so lange mit dem? Achso, kannst du ihn anklicken, gell? Oh ja, ich bin schon fertig. Achso, bist du schon fertig, okay. Alovera Garten, Kaktusgarten. Kannst du die ganzen Gärten erlernen? Ich hab so viel zum erlernen, what the fuck. Und übrigens, jetzt müsstest du ganz zum Schluss haben, dass die Dinge jetzt schreien für Jock. Ja, ja, zeig ich ihn. Alter Coral. Crap. Na lernen. Iron Broadsword, das wär schon mal wichtig, oder? Das normale Eisenschwert. Ja, ich hab sie schon gelernt. Na gut, dann mach's ich nicht lernen. Dann werd ich mal da... Wer, Garten? Ich weiß nicht, ob das nur Dekoration ist, oder ob das wichtig ist. Nein, das ist nur Dekoration, was ich weiß. Ah, okay. Die Iron Spitzhacke. Das ist die beste Waffe, die ich bis jetzt gesehen hab. Die Iron Spitzhacke? Also Iron Pike, diese... Ah, die Axt. Die Lanze. Die Lanze? Ja, weil die hat so viel Heichwert, das ging die Spinnen so gut. Ah, langsam ist sie, ne? Das geht. Die hab ich geliebt. Oh ja, den hab ich. Passt. So. 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 Muss ich sowas herstellen? Wie was? Wie viel denn da so 48? Und Stein brauchen wir noch. Was brauchst du denn als... Wie viel noch? Stein brauche ich jetzt noch... 50. Okay, ich geb dir mal die Rinde, die ich hab. Ich leg sie ab. Da ist sie. Lass mich rechnen. Wir benutzen. Die Karte markieren. Ah, der wird schon markiert. Das ist lässig. Was denn? Der Schamanentyp da. Achso, ja. Dein Spawn müsste auch markiert sein. Ja, der ist auch markiert. Alles? Gut. Kannst schon herstellen, die Gerberei. Sehr geil. Kannst schon herstellen, die Gerberei. Auf dem Weg zurück machen. Und schauen, ob die Bricks schon fertig sind. Oh, ja. Da sind... Ja, ist ja klar. So. Auf dem Weg zurück nehm ich noch mehr mit von den Dingen. Was? Von der Rinde. Okay, ich bin komplett voll. Ich geh mal... Ich hab nicht mehr nur so ein Spawn, also unser R.P. ist markiert. Ah. Ich hab absolut keine Ahnung, wo ich hinrehen. Wo ich find's. Haha, du hast überhaupt keine Orientierung, oder? Nein, jetzt geht nichts. Explizit darauf achte. Nein, komm her. Gib mir ein Level ab. Danke schön. 15. Ich geh auch. So, ich werd noch einmal ne dritte Kiste herstellen. Weil ich denke mal, die anderen beiden Kisten werden auch schon voll sein. So, ich werd noch einmal ne dritte Kiste herstellen. So. 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 Reicht mal? Na, Feen. 17 herstellen. So. 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 Ich könnte es nicht mehr sehen. Ich könnte es nicht mehr sehen. Ich könnte es nicht mehr sehen. Also Sklaven haben wir jetzt gerne mitgenommen. Ja wir können ja noch nichts, wir haben noch keine Keule. Achso, genau. So, hier. Drennen. Oh, Schütte brauchen wir gerne. Wir laufen hier. Haben wir nicht, haben wir nicht. Schmeißen, dich kann man hier nicht geben. Uh, vielleicht haben wir mehr genug. Ah, da war ich nichts. Dann gehen wir da rein. So, da brauchen wir. Und dann. Hast du die Eisenbahn alle genommen? Was? Ich habe, nein, es sollten noch welche da sein. Ich habe nur 31 jetzt. Hast du alle die anderen genommen? Ja. Für das Wheel of Pain 100. Oh, scheiße. Ich wollte nämlich gerade eine Schmiede bauen. Fuck. Oh, das ist nicht sehr gut. Ne. Das heißt, ich kann mal die Eisenbahn machen. Jawohl. So, na gut. Aber ich denke, das war es mal mit der Folge, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Falls es euch gefallen hat, dann lasst doch ein paar Likes und Kommentare da. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020